bleibt bitte gesunde hat euch an die maskenfläche an der fpp2 maske und dieses jahr klappt jetzt mit dem zug nach dresden hauptbahnhof über den zuckverkehr die hauptbahnhof abfahrt 7 uhr 58 von gleich 3 direkt gegenüber und die 20 40 nach dresden hauptbahnhof über dresden säulen abfahrt 8 uhr 3 von gleich abonni Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020